Hi Es wird Neugenia sein Eigentlich ist es kein Material Schlachtes Ist neu für mich, glaub ich Neugenia ist neu, ja Deswegen heißt es Neugenia Moment Deee Muss sein, muss sein Naja Deee Ne Ach ne, wir fliegen automatisch auf A zu Ja Danke Du bist halt gewohnt, dass man zu seinem eigenen Airfield zieht Und Ich ziehe dann plötzlich in die Mitte, aber Ne, eigentlich Entscheide dich Ja A So Hatten wir noch nicht genannt bis jetzt Die anderen Maps, da zieht man immer zum äußeren Feld Und in der Mitte wird gekämpft Jetzt sieht man gleich zur Mitte Weißt du, dass du Keinen Feinstaubfilter hast? Du auch nicht Der Feind hat den Flugplatz eingenommen Hast recht Wir dürfen ihn nicht behalten Wir haben den Flugplatz eingenommen Der Feind darf ihn nicht in die Hände bekommen So war es aber auch So war es aber auch Kann Urea nachtönen oder was? Kein Skill, kein Skill Drei Monate her oder noch länger Dass ich gespricht habe Juhu Der Feind hat den Flugplatz eingenommen Wir müssen das tun Und fahr schnell So So, das war's dealvoll So, das war's dealvoll Oh mein, das ist jetzt bin ich auch mal glücklich Warum hab ich die F4 eigentlich noch nicht voll da hoch? Naja Werde ich dann wahrscheinlich gleich haben Was bleibst du gerade? Gahdamit Ich bin gerade beim Ausweichen direkt in den Busch geflogen Oh, das ist, das ist schön Ein Präsident weniger Vielleicht sogar zwei, wenn ich gut getroffen hab Ja, ja, wirklich Ist mein alter Busch gewesen sein, wenn du da getroffen hast Eben Der Feind hat die Initiative Ich glaub was Ich glaub was Ich glaub was Wieder einfach Ausstoßen steht Oder ich hier nicht ergreifen lassen Bei Kondensstreifen Mehr oder weniger Oder 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 Ich weiß, aber Muss irgendwas sein Was standardmäßig mit dem Motor zusammenhängt Bei den Flugzeugen Ja, klar Wow JAK 9K Fick dich Ich hab die knapp zu spät gesehen Das war asozial Jetzt hab ich einen guten Flieger verloren Goddamit Das denn für eine schöne Medaille, die ich da hab Ich seh grad, wir haben gerade Wir sind grad voll am verlieren Joa Stört's irgendwen? Ja, mich Solange wir beste Staffel sind, ist doch alles gut Beziehungsweise, ist der Bonus überhaupt noch da? Ist was? Der Bonus, beste Staffel dieser Battle Waker Wager 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 Dürfte noch da sein normalerweise, ne? Ich hab nicht drauf geachtet gehabt Ich übrigens auch nicht Aber momentan sind wir eine beste Staffel, also alles gut Die auch irgendwie das geschafft haben, aber hey Hm, nichts gibt, aber schöne Leuchtturmunition Jo Der Feind hat den Flugplatz eingenommen Er wird jetzt Zeit, ihn zurück zu erobern Das war Selbstmord War's das? So tragisch Ja, war's leider Ich hab gehofft, die krieg ich noch kaputt, aber nein Die P-8, wir haben gar kein Flugzeug mehr Das ist scheiße irgendwie Wenn jemand mal landen würde, du zum Beispiel, lande gefälligst, jetzt sofort Wendt erstmal über den Knie, Plätten, ja? Das ist ein P-8 war das Muss irgendwie ein neuer russischer Bomber sein Nie gesehen Davon hab ich nicht, hab auch schon ne ganze Weile nicht mehr gespielt So eineinhalb Updates lang oder so, aber So, krieg ich Landung hin Das ist nicht eigentlich so Okay Doch nicht Hm, schade Dieses Mal Sind da feindliche Ziele drauf vielleicht? Feindliche Fahrzeuge? Wir haben den Flugplatz eingenommen Nein Doch Nein Ah, ich bin überfordert Ich kann nicht mehr gucken vernünftig Ich kann mich nicht mehr auf genug Ziele konzentrieren auf einmal Ich bin zu dumm dazu geworden Das ist schlecht Ich habe die Fähigkeit verloren Dabei konnte ich es mal so gut Ach, das Training Okay Halme Aber wenigstens bin ich jetzt am Boden Ist doch auch was wert Jo Achja Wir sind wieder mit den Punkten gleich Und wir verlieren keine Punkte mehr immerhin Ja immerhin Du bist ganz raus jetzt mit den Flugzeugen Was? Nein Nicht? Okay Ich hab letztens im Zuge singen gehabt Und deswegen dieses komische Umsehen und Ach, keine Ahnung Ach, du meine Höhe so viel trägst Oh! Echt, ey D-Hurrikan 1C Der Mann fliegt gegen Angriff Jetzt Was ich anhalten, wir sind nicht mehr zu stapeln Das ist schlecht Ja, Junge, das Das ist alles, was zählt Wärst du nicht verreckt? Ja, ja Wie soll man die mich dann noch aufholen? Sag mir das mal Wir haben eine Niederlage erlebt und Zurück zur Wagen ist Hm Naja, wenigstens hab ich ne positive KD Weg-Lining sollte man sich freuen Ja Ja Der Rater läuft noch Wohlgemerkt Jo, ich sehs Was ist das lustige Ding? Herkules Hat jetzt neues Symbol Wohlgemerkt Scheiß aus Naja, egal So, zwei von vier Fails hab ich schon Ich hab einen von vier Ja? Ja, okay, ich hab einmal mit Konstantin allein gespielt Ja Jedes Zwei Katastrophe So, geh mal runter Müssten wir nicht Müssten wir nicht Ich hab noch genug 4-3er 3-0, 3-3, 3-7 3-0, 3-3 Äh, ich schau mal kurz, was ich auf 3-7 da hab Ist gut, wir können auch auf 3-3 weitermachen Ich müsste... Auf 3-3, ja, vielen Dank Ja, halt... Das, was wir eben hatten War das da oder nicht? 4-3 4-3, okay Wir haben gerade 4-3 geflogen, ja Jut Eigentlich werde ich diese Punkte nicht verteilen Wollen wir mit den Japanern wieder einsteigen Machen wir 4-0 draus Und dann kann ich einfach mit den... Mit den... Amis fliegen Kann recht sein Auf den... Das Feuer, das lorat im Schnee Das Feuer, das lorat im Schnee Juuu Fack machen, ach egal, Kursk Kursk Schöne alte Map, schönes kleines Quietschen Nicht ganz so schön, aber hey Hm? Es hat geklietscht bei dir Machen wir Machen wir Mach's doch eh die ganze Zeit Ja, aber das war gerade sehr... Dominant Kann ich leider nichts gegen tun Jaja, ich meine Das ist die neue Grafikkarte schuld Die ich jetzt auch bis zum Laufen gekriegt hab Ich hab mich garantiert damals schon in Warthorn darüber beschwert Irgendwann in irgendeiner Folge Ist immer noch dieselbe Wir dieselbe Ja, eben Aber nicht zwangsläufig Du hast irgendwie drei verschiedene Modelle davon, oder nicht? Ich hatte insgesamt zwei, das ist jetzt das zweite Ja, okay Machen wir zwei Wo ziehst du hin? A A Ah, die Mitte ist B A ist Heimgebiet Eben Ja, okay Mach was du willst, aber... Ich bin raus aus dem Spiel Das hat zu lange gedauert für mich Sorry Ich geh jetzt auf die P47 und das werd ich jetzt voll hart verkacken Und dann hab ich Spaß im Leben Der Feind hat den Flugblatt reinkommen Gegen Selbsthaltungstriebe So viel zum... Hart verkacken Ja Goddammit Japaner Böse Hinter mir irgendwo Ich bin grad nicht in der Nähe, sorry Der Feind hat die Initiative Wow Dein Ernst Du, der hat zerrissen Es gibt neue Funksprüche, die sagen es genauer an was ähm Was einem passiert ist Ja, ich hörs Schul runter Wir haben den Flugplatz eingenommen Der Feind darf ihn nicht in die Hände bekommen Fand ich nur sehr interessant, weil Ich stand in Flammen Und hab dann einfach Den Funkspruch bekommen Hey, you're leaking water Äh Ist das nicht irgendwie wichtiger, dass ich brenne? Eigentlich ist es sogar günstig, wenn du... Ich wollt grad sagen, wär das nicht ganz gut Ist theoretisch Das war ein asozialer Rammer Gut, dass es nicht ich gewesen bin Und der Wellington Tschüss Wellington Ah Hab den gleichen Kerl nicht eben schon Und das sind jetzt alle aus dem Clan Könnt ich dir jetzt nicht sagen Kann aber sein Komm, dreh, 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 dreh Dreh schneller Geh runter Ja, doch Ich glaub ja, mein Kill ist okay, ne? Doch nicht, okay Rein zufällig war das ein Brandkrit Der hält eigentlich recht lange Naja Ja Das war eine Abschlusshilfe Aus einem Grund Kann mir recht sein Ich hab grad schlichte eine Graf nicht getroffen gehabt, deswegen Was? Ich hab grad einfach schlichte eine Graf nicht getroffen, deswegen Okay So kann man das natürlich auch machen Das ist ja alles Individuen Also das ist ja alles Individuen Wo steckst du gerade? Mitten im Schlachtfeld Ah, da unten, okay Ich hab ja noch exakt einen Schuss in der Maschinenkan- äh, im ganz normalen Maschinenbewehr gerade Perfekt Ja, und meine, meine Maschinenkanone hier als Sniper ist auch leer Das war in dem G wenigstens wieder aufgerüstet In 10 Sekunden kann ich auch wieder vernünftig losballern Schön, 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 schön Aber die La-5 geht vorher auf mich Und Der steckt mich natürlich noch ein bisschen in Brand Bitte brenne nicht sofort ab, bitte brenne nicht sofort ab, ich will hier noch Goddammit Ah Zwei Sekunden mehr hätte ich gebraucht Wieso haben wir schon wieder keine Airfield Weil wir Geniös sind Und ich kann gerade nicht landen, weil hier ganz ganz viele Gegner rumtorteln Der Feind fliegt gegen Angriff Jetzt Da kannst du eh nicht drauf landen, Junge, da stehen noch mittelschwere Panzer Ah Ja, überall stehen ein Feindpanzer Unsere sind alle weg Nice Oh ja, nice, komm Wo kommst du jetzt her? Wieso fliege ich gerade so eine Kurve, die mich zu einem riesigen Ziel macht eigentlich? Du wenden musst Naja, weil wir jetzt in Austausch, ne? Immerhin, ja Bist du ganz raus? Nein Okay Ich seh nur ausnahmsweise mal unten nach unten rechts Krass Naja No one can cap or assist, Junge Bodentruppen Und so Naja heißt Hä 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 Oder so? Wir haben eine Niederlage erleden, verständlich gewartet. Terror des Himmels. Errungenschaft freigeschaltet, kaltblütig und rachegeist. Seit irgendwann gibt es Steam Archive mit in dem Spiel. Kaltblütige was? Kaltblütig und rachegeist. Aha. Es waren zwei verschiedene. So, okay. Und wir waren wieder nicht die beste Staffel. Scheiße. Jo. Doof. Ich mein, ich hab mein Investments wieder reinbekommen. Och so. Was, nun? Was, nun? Diesmal lag es an dir, das wir nicht besser Staffeln waren. Ich mein? Diesmal lag es an dir, das wir nicht G encouragement waren. Ich bin die Russen geflogen, was erwartest du? Ich bin auch die Russen geflogen. Aber die Russen sind anders als meine. Ich bin eben die Amis geflogen. Nöööä Ja, gut dann. Level? Äh, 4-3? Kann ich mit den Deutschen ja gar nicht... Äh... Wenn ich ne 4-3er-Staffel in Deutschland, dann kommt Christoph's wohl auch hin. Ich hab aber keine. Ich müsste da ne neue machen, da hab ich keine Lust. Dauert immer so lang bei mir. Die Japaner, da hab ich ne 4-3er, so. Das muss besser werden. Was? Alles. Wir müssen gewinnen und ne bessere Staffel sein. Sonst wärs alles höchst unbefriedigend. Das muss besser werden. Tja, wie wärs, wenn du dich dann mehr anstrengst? Versuch ich doch, versuch ich doch. Anstrengung und Schwerkraft schneidet sich bei dir so ein bisschen, ne? Wieso? Wir müssen ja nur einmal crashen, das war ne Palme. Die hat mit Schwerkraft nichts zu tun gehabt. Das war Biologie. Genau, das ist Mutter Natur. Entschuldigung. Ja, ist doch wahr. Warum müssen Bäume so groß sein? Warum brauchen überhaupt Bäume? Gras reicht doch voll und ganz. Nein. Doch. Wir hätten hier kein Holz. Das wir abholzen könnten und scheiße sein könnten nämlich. Wir können aber Gras nehmen, Gras mähen und so Stroh verarbeiten, dann... Das wir feuern. Alles kein Problem. Und voraus wirst du deine Tische bauen? Was? Die Tische kannst du aus Korb flechten. So, jetzt kommt ins Allgemeinwissen. Ist Korb Holz? Ja, ist es. Aus was? Aus Korbweide. Ach so. Hä? Aber nur geflächelte Tische? Das ist ja irgendwie... Doch, du. Ich weiß. Ich... 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 Bist du Gymnasier. Musst du Deutsch können. Ich... 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 Ja. Der ist mir quasi vor die Flinte geflogen. Dem fliege ich glaube ich grad voll in die Falle rein. Das ist mir grad scheißegal. Ich bin ein Japaner, ich kenne keine Falle. Nein. Nur Herausforderungen. Eben. Danke, du Arsch. Ah. Knapp zu spät. Schade. Ich hab ihn dir vom Arsch geholt, aber... dann warst du schon tot. Jo, alles gut. Greif den Feind an. War ja nur die E3. Ist eh nix wert. Ach diese Musik, die ich jetzt grade höre, die ist so nostalgisch, weil es ist einer von den ältesten Songs, die es im War Thunder gibt. Du bist so richtig schön nostalgisch, hab ich ewig nicht mehr gehört irgendwie. Hm. Könnte gar nicht daran liegen, dass ich schon ewig nicht mehr gespielt hab. Das... ist garantiert nicht der Grund. Ja. Ich werde auch mit zu meinen Lieblings-Tracks einfach nur, weil ich sie noch kenne. Du kämpfst aber nicht da hinten gegen die Spitfire ganz alleine. Mit allen anderen. Nö. Ich hab nur grad ein paar Schüsse reingehauen und dreh jetzt ab. Boah. Voll abgedreht. Nicht wahr? Eine sehr komplexe Taktik. Und halbwegs ineffektiv. Wieso? Ich hab ein Assist bekommen. Das reicht mir von ganz. Der hat sich mir in den Weg geworfen, quasi. Alles gut. Wir müssen auf das Dichter zusammenbleiben, hab ich noch einen Falleindruck. Bleib mir auf. Okay. Ich... ich hau grad auch überall einzelne Schüsse rein. Ist schön. Ah! Kalecks Bein, ja. Und er raucht. Der Feind hat die Initiative. Luftfolge zum Rauchen bringen kann ich auch ganz gut. Eine halbe Minute auf meine Munition warten, kann ich noch viel besser. Hehe. Alles hinter mir. Das ist herrlich. Ich flieg in der Zeit einfach hinter dieser Jacke her. Ich tu so, als würde ich sie abwollern wollen. Juhu. Was ich eigentlich auch will, aber nicht kann. Nein. Ah! Gar nicht so schlecht eigentlich bis jetzt. War ganz schön. Mit den Japanern spielt sie jetzt eigentlich wahrscheinlich schön. Muss nur wissen wie. Juhu. Lass es schon einrichten. Troll Fury. Troll. Oh. Was? Ich bin über dir. Hab ich auch gerade gesehen. Noch. Ja, ja, klar. Ja, mit den Deutschen kannst du halt in derselben Zeit mehr Schüsse rauspratzen wie mit den Japanern. Weil die weniger Muni haben und öfter Nachladen brauchen. Ich hab noch Leuchtspur-Munition. Ist das ekelhaft. Wah. Fliegt mir noch nicht durchs Bild, feins. Sonst schieße ich noch versehentlich ab. Helfe dich auch. Dich sowieso. What the fuck? Warum schmeißen ich mir einfach die Plinte? Machst du auch Kills dabei? Ja. Krass. Krass. Obst du nicht richtig? Da ging's mir grad eben. Ja, ich bin grad tot. Lol. Was ist falsch mit dir? Ich weiß es nicht. Ich will's Werbung machen. Nein. Wenn dann du. Ich kann. Ich bin dran kämpfen. Ich hab rein zufällig grad das nicht offen, um das auszukopieren. Hätt ich vorher kopieren müssen. Lass dir was einfallen. Improvisier. Sei spontan. Kriegst du auch hin. Oder nicht? Ich tippe aber zu langsam für den Scheiß. Ah. Ablust Hilfe, ja. Ui, ich bin ja ein Rad Du bist was? Ein Rad Ach ja Jetzt schlage ich sehr viele Räder Oh, die Schüsse sehe ich Die sind auf mich gerichtet Jetzt muss ich gerade in alle Richtungen gucken Das ist mir zu viel auf einmal Wir verlieren Hm Hm Das war eine schlechte Idee Jetzt bin ich gleich tot Weil I-16 ist böse AHHHHH Echt ey Warum machen die Fallen und haben so einen koordinierten Vorstoß? Meine Güte Warum hab ich immer noch nur 4 Kills? Ach stimmt ja Weil ich momentan aus irgendeinem Grund nur mit Leuchtfuhrmunition kämpfen darf Hast du nicht aufgepasst beim Einladen? Nee, das sind neue Flieger Ah Jetzt erstmal zwei Monate lang im Hangar verdurstet sind irgendwie Ja gut, das Das Öl fehlt, schreibt die Munition im Rohr Das ist wahr Dann glüht's Bin ich froh, dass das so viel Sinn ergibt Ja Glüht's dir deine Kugel nicht vor dem Abschuss Du etwa? Ja Jeder Einzelne? Nö, das kommt einmal in den Bottich mit extra Nativen rein Und dann Weicht das Miss was ein Direkt in den sauren Gürkchen Und Dann hast du gehörte Googeln Kriesen schneller und brennen schön Der Fall fliegt gegen Angriff Jetzt Haushaltstipps von Simon Ja Ah, natürlich hab ich wen am Arsch Bin dabei, bin dabei, bin dabei Ja, nicht schnell genug Bin Japaner, ich halt nicht genug Schüsse aus Um bin dabei abzuwarten Dann nicht Geht doch Jetzt hab ich nur Flugzeuge von fünf Richtungen, die auf mich zufliegen, aber Ich seh's Jo, was haben wir dazu? Jo, keine Chance gehabt Die Meer hat so viele Tanks Ja, eigentlich schon, ne? Beziehungsweise sind die alle zweigeteilt in den Flügeln Aber heute an der ganzen Sicht Das Quark ist, weil ich eben geflogen bin, da ist es mir nicht aufgefallen, aber hey Wenigstens beschweren Machen die Deutschen ja so Was ich grad seh, so die A6M, was auch immer ich grad fliege Irgendeiner von den A6Ms hat quasi gar keine Treibstofftanks Da ist weniger Tank als Pilot drin In dem, in dem großen Flugzeug 50 Sekunden Hat sich gelohnt Dann sei ich es so Irritierend Wir müssen dem Feind mehr zusetzen Sie sind dabei zu gewinnen Wieso sind sie dabei zu gewinnen? Die haben kaum noch Flieger Ja, aber mehr Punkte als wir Das ist korrekt Mal schauen, wo sind die Schiffe von denen Und die eine Focke fliegt weg, um den Punktestand aufzubehalten Focke, ich fliege auf Ah, ich krieg die Bunker, krieg ich nicht klein Ja, dann mach mal den Weg frei Der Weg ist frei Beziehungsweise an Aha, ich hab die Kanonen dran, nicht die Bomben Gut, dann hat sie das auch erklärt Je nachdem Was ich jetzt mach, ich geh auf die Flachste hier Wir haben nur noch einen Schiff Tralala, tralala Ach, Schiff Farbschiff müssen wir eigentlich auch klein kriegen, oder nicht? Krass, ich hab's geschafft abzustürzen Ich hab's gesehen Damit hab ich so ziemlich gerade meine einzige Chance verkackt Ja, gib's bereit Ja, trotzdem nicht bessere Staffel Puh Ehrlich, ehrlich Tja, schade Ja, wenn der eine Kerl noch Insgesamt 16, also 14 Kills gemacht, ne? Naja Und das ist mit mir Und das können wir ja auch nicht Ich hab's nicht mehr Ich hab's nicht mehr Vielen Dank.